Seid gegrüßt, die drei Fomais sind ja auch in Sommerhausen unterwegs, da seht ihr das Wappen. Und irgendwo, ja, da kommt sie die Fahne und wir treffen uns meistens vorm Rathaus und dann geht's ab in die Gässle. Also, wir sind da unterwegs, wenn ihr Lust habt, schaut vorbei. Bis dann, ade.